Herzlich willkommen zur Monatslegung Juni 2024. Allgemein schauen wir uns erst mal an, was so im Monat Juni los ist, astrologisch gesehen, und kommen dann natürlich auf dein persönliches Sternzeichen zu sprechen. Allgemein bedeutet auch immer Prototypen. Ja, wir sind ja alle ein Mix aus unseren Horoskopdaten. Deswegen, es geht hauptsächlich um Sonnenzeichen. Man kann das auch auf andere Stellen im Horoskop natürlich ummünzen. Wichtig ist, dass man selbst das Bauchgefühl hat, das spricht mich an. Das ist das, was ich wissen will und das hilft mir weiter. Und natürlich Termine, wann etwas stattfindet oder stattgefunden hat und wie man damit umgehen kann. Die Entscheidung triffst du immer selbst. Das ist nur ein Wegweiser, eine Hilfestellung oder vielleicht auch, wie ich das gerne nenne, die Wetterkarte der Energien. Wir haben ja auch Dinge mitgebracht aus dem Monat Mai. Da ist zum Beispiel die Sonne in den Zwillingen, da ist die Venus in den Zwillingen und seit dem 26. auch natürlich der Jupiter in den Zwillingen. Das verändert die Energie insgesamt ganz schön, bringt ein bisschen Unruhe rein, aber auch sehr viel Kommunikation. Man kann damit natürlich auch mehr Kontakte knüpfen, auch Dinge zur Sprache bringen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der in Verbindung auch mit Venus und auch mit Jupiter natürlich ein bisschen darauf gemünzt ist, die Dinge anzusprechen. Die Dinge zu verändern, Transformation durchzuführen im Rahmen der Möglichkeiten, im kleinen wie im großen Rahmen. Und das kann sehr interessant und sehr umfangreich werden. Aber man sollte immer versuchen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, denn einfach schon alleine die Zwillinge-Energie sorgt dafür, dass sehr vieles gleichzeitig parallel passiert und man vielleicht auch sehr leicht abgelenkt wird. Wir haben zudem natürlich den Pluto ist rückläufig. Wir haben den Uranus im Stier, der eben selbstständig schon Veränderungen bringt und natürlich auch dem ein oder anderen Erd- und Wasserzeichen auch die Möglichkeit gibt, selber etwas zu verändern. Das muss man natürlich auch gut überlegen. Wir haben den Merkur im Stier und da ist eben auch Pragmatismus, langfristige Planung. Man will sich abstimmen über die Dinge und man will auch Verlässlichkeit da reinbringen. Wenn diese Erdenergie nicht mehr so komplex da sind, muss man selber dafür sorgen, dass man eben auf dem Teppich bleibt, auf dem Boden bleibt. Das ist so das Wichtigste, was wir eben auch aus dem Mai mitbringen in den Juni. Und wir haben dann auch am 3. Juni direkt den Wechsel von Merkur in die Zwillinge. Auch da wieder Kontakte pflegen, neue Kontakte, Austausch. Jetzt muss man auch schauen, wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Einige sind auch, auch gerade die Zwillinge mit Neptun, manchmal auch Irrtümern aufgesessen oder werden von Gefühlen geplagt, Gedanken, Kopfkino. Und da sind noch einige andere, nämlich auch die Fische selbst. Dann haben wir Schütze und Jungfrau, die eben auch ein bisschen mehr darauf Acht geben müssen, dass sie nicht den ersten Impulsen folgen, sondern eben auch ein bisschen intensiver nachschauen, wie man das umsetzen kann. So, wir haben also jetzt am 3. die Venus in den Zwillingen. Da kommt dann auch im Beziehungsbereich ein bisschen Lockerheit rein. Also wenn man es zu locker sieht, kann das auch zu Schwierigkeiten führen. Dann haben wir eben auch zum 9. den Wechsel von Mars, der sich ja bisher im Widder befand und eine kurze Zündschnur hatte, wie ich das immer gesagt habe, jetzt im Stier. Da kommt ein bisschen Ruhe rein, aber natürlich auch ein bisschen Erfahrungswerte und man ist nicht so flexibel. Man möchte die Dinge durchziehen. Jupiter und Pluto möchten natürlich auch, dass man Dinge umsetzt, verändert, expandiert, könnte man so sagen. Und da muss man eben auch schauen, dass die Dinge Hand und Fuß haben. Und Saturn geht dann auch so ein bisschen Mitte des Monats dazwischen. Wir schauen erstmal, was uns noch erwartet. Am 17. Juni haben wir dann Venus und Merkur im Krebs. Da kommt das Gefühl mit rein, die familiäre Energie des Miteinanders, der Kommunikation miteinander und der Fürsorge. Das ist schon sehr wichtig, dass man eben da auch ein bisschen mehr auf den inneren Kreis achtet. Also aufeinander zugeht, sich kümmert. Es kann durchaus auch sein, bei sehr gefühlsbetonten Menschen, dass da auch so ein bisschen die Haut sehr dünn ist, dass man sehr leicht eben auch gekränkt reagieren kann. Da sollte man aufpassen. Und was die Finanzen betrifft, sollte man natürlich auch nicht für andere vielleicht zu viel Geld ausgeben, sondern man sollte schon schauen, dass das auch vernünftig passiert. Wir haben am 20. Juni den Wechsel der Sonne von den Zwillingen in den Krebs. Da ist dann auch nochmal Fürsorge, liebevolle Energie. Das Miteinander ist wichtig, gerade bei den Menschen, die einem nahestehen. Und ja, es ist wichtig, dass man da auch gefühlvoll aufeinander zugeht, nicht einfach brachial wird oder so. Wir haben den Merkur in den Zwillingen, der vielleicht auch schon mal die Zunge etwas locker sitzen hat. Wir haben dann aber den Mars im Stier, der vielleicht hilft. Ruhig Blut, nicht zu hastig. Und wir haben dann ab 29. den Saturn rückläufig. Und mit dem Saturn rückläufig ist eben auch die Energie da, dass man ein bisschen mal zurückschaut, was man gefühlsmäßig umgesetzt hat von dem, was man sich vorgenommen hat, wie man zu den Dingen steht. Man kann das rückbezüglich immer nochmal aufarbeiten. Man kann sich darum kümmern. Man sollte sich auch darum kümmern. Und eben auch ein bisschen mit sich ins Reine kommen, aber nicht böswillig. Also wenn ihr Kritik übt an euch selbst, geht es darum, das aufzuarbeiten, nicht sich zu drangsalieren oder zu bestrafen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Es geht darum, sich selbst zu verbessern, sich zu optimieren, insofern, dass man mit sich besser klarkommt, sich besser kennt und vielleicht auch Dinge für sich optimiert. Ja, ich schaue mal eben, was wir noch haben. Wie gesagt, die expansive Kraft von Jupiter kann dafür sorgen, dass man sich zu viel zutraut, zu viel wagt. Ja, auch da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann natürlich in der Kommunikation, wenn Merkur in Zwillinge ist, kann man selbstverständlich auch natürlich Dinge umsetzen und charmant sein und entgegenkommt. Ja, das ist natürlich mit Krebs auch so. Aber ich sage mal, die Kommunikation obliegt der Zwillinge-Energie. Ja, und wir haben dann auch am vierten zum Beispiel, wenn Merkur in die Zwillinge geht, eine gute Verbindung zu Jupiter und auch zu Pluto. Der ist ja noch rückläufig im Wassermann, auch eine Schwert- oder Luftenergie, wo man eben auch Dinge wieder beilegen kann, besprechen kann. Oder man bildet sich einfach weiter. Das ist durchaus auch möglich. Ja, wir haben am sechsten Juni Neumond in den Zwillingen. Ja, und da kann es sein, dass man plötzlich und unerwartet vielleicht irgendwelche Dinge anders sieht und man auch im Beziehungsbereich, ja, ich sage mal, ein bisschen unstet ist. Da muss man natürlich sich selbst hinterfragen, ob man das so machen möchte. Denn es gibt dadurch auch gefühlsmäßig so ein bisschen eine Abkühlung im Sinne von, man überlegt, ist das wirklich so richtig und man ist vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst fokussiert, ja. Venus und Saturn sind dann am achten im Quadrat. Das bedeutet eben, man stellt alles in Frage. Ja, und das kann natürlich sein, dass man da eben auch ein bisschen egozentrisch wird. Man soll aber bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir am neunten die Sonne in Zwillinge im Quadrat zu Saturn auch noch. Ja, und da wechselt ja der Mars in den Stier. Da ist so ein bisschen dieser Zweifel drin. Mache ich das Richtige? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, der steht auch noch, der Mars im Stier steht auch noch kritisch zum Pluto zwischen 10. und 12. Juni. Und da kann man eben auch so ein bisschen übertreiben. Ja, einmal, dass man zu stark den Egoismus fördert, zu stark vielleicht auch auf seiner Meinung beharrt, zu rechthaberisch ist. Das kann durchaus vorkommen. Und das kann so am 12. seinen Höhepunkt haben, wenn Merkur im Quadrat geht zu Saturn. Also keine leichte Energie. Aber wenn man das im Vorfeld weiß, kann man vielleicht ein bisschen vorsichtiger an diese Dinge herangehen. Ja. Sonne und Merkur haben eine Konjunktion am 14. Ja. Man ist vielleicht auch ein klein wenig, ja, kritisch, negativ eingestellt. Aufpassen. Merkur und Venus gehen auch eine Verbindung ein. Auch zwischen 16. und 18. Und die stehen dann auch am 17. in Quadrat zu Neptun. Also da müssen die Betroffenen mit Neptun ganz besonders aufpassen. Ja, am 17. Und man hinterfragt die Dinge. Man schaut nach Neuem. Aber wichtig ist, dass man mit der Zwillinge-Energie auch nicht einfach alles einfach stehen und liegen lässt, sondern dass man wirklich auch in sich hineinschaut und die Gefühle beachtet. Wir haben ja dann auch am 17., wenn Venus und Merkur in den Krebs wechseln, dass sie sich dann im Laufe des Tages wechselt, ja, am 17. Und da ist natürlich mit Neptun wieder ein bisschen mehr positive Energie, ja. Das wechselt dann. Also man wird dann sanfter oder auch ein bisschen gefühlvoller. Ja, das kann nicht schaden. Vielleicht ist das dann auch letztendlich eine gute Energie, ja. Man sollte tatsächlich mit Neptun, das sage ich auch immer in den Kartenlegungen, nicht zu hoch fliegende Pläne haben. Zu hohe Erwartungen, ja. An sich, an andere, an die Entwicklung der Situation. Man sollte eben gemäßigt daran gehen, ja. Ja, wir haben dann, wenn die Sonne am 20. in den Krebs wechselt, ja, haben wir vorher auch die Sonne im Quadrat zu Neptun, ja. Und da ist so eine gewisse Unzufriedenheit, bevor die Sonne dann in den Krebs wechselt. Das wird erst abends der Fall sein, ja. Das bedeutet, dass man da eben auch den Ball flach halten sollte, ja. Wir haben Sommer, Sonnenwände. Und, ja, ruhig angehen, wenn die gefühlvolle Energie kommt. Behutsam damit umgehen. Sich selbst auch so ein bisschen, ja, beobachten oder in sich hineinfühlen, wie man sich fühlt. Nichts überstürzen, klar. Und dann haben wir Vollmond im Steinbock am 22. Und da haben wir dann wieder so diese pragmatische Energie auf dem Boden der Tatsachen ankommen, ja. Man kann sich auch Unterstützung suchen. Man kann auch mit anderen darüber sprechen. Gerade auch am 26., ja, da haben wir ein Trigon zwischen Merkur und Saturn. Also es geht darum, die Gefühle einzubinden, die Sachlichkeit, also Realität und Gefühl wieder miteinander zu verbinden. Und das ist eben auch mit Venus und Mars ab 27. sehr schön, dass man eben nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern auch auf der sachlichen Ebene miteinander kommuniziert und sich auf Dinge einigen kann, wo man sich dann auch gut fühlt. Und diese Energie hält auch noch bis Juli an. Man hat eben mehr Einsicht, was den oder die andere bewegt und kommt sich dadurch näher, hat eine tiefere Verbindung. Dann haben wir eben auch eine, ja, wir haben ja gesagt, Saturn wird rückläufig am 29., da geht es wieder darum, zu hinterfragen, wie habe ich das umgesetzt im Gefühlsbereich und was gilt es da noch zu beachten, zu verbessern. Am 30. haben wir dann auch ein Sextil zwischen Merkur und Uranus, ja. Merkur ist ja jetzt in Krebs, Uranus ist im Stier, eine gute Verbindung. Und da geht es eben auch darum, Veränderungen nicht von vornherein abzulehnen, sondern auch die Möglichkeit zu sehen, neue Wege zu gehen, sich miteinander natürlich zu verbinden, auch über den rückläufigen Saturn, dass man da eben auch sich näher kommt, indem man auch Dinge für möglich hält, die man vielleicht auch vorher nicht kannte, also sich neu gegenüber aufgeschlossen zu verhalten. Das ist jetzt mal so ein Rundumblick über den Monat Juni, was uns erwartet, was auf uns zukommt, wie die Dinge sich entwickeln können, wie das bei den einzelnen Sternzeichen aussieht, schauen wir uns gleich an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind im Monat Juni und wir wollen uns anschauen, was wir astrologisch erstmal für den Skorpion haben. Allgemein natürlich und auch nur fürs Sonnenzeichen, man kann das auch auf die anderen Besetzungen im Horoskop anwenden, aber wir sind halt ein Mix von all diesen Besetzungen in unseren Häusern und so weiter, dass wir da eben einfach nur mal eine Orientierungshilfe brauchen, wie wir durch die Energien kommen. Und da möchte ich dir eben auch zu Beginn direkt sagen, der Wechsel von Jupiter Stier in Jupiter Zwillinge war für dich ein bisschen nervenaufreibend, war für dich so ein bisschen Panik und ein bisschen zu viel los. Ja, ein bisschen verwirrend oder auch ärgerlich zum Teil kann durchaus sein. Bitte beruhige dich, es ist nicht so schlimm, wie es sich erstmal anfühlt. Wir haben ja auch zum Ende des Monats Mai bis jetzt hier in den Juni die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, sie zu klären. Da brauchen wir eben auch, ja, ich sag mal Disziplin, Ruhe, innere Ruhe. Also du musst jetzt auch selbst dafür sorgen, dass du eben Grenzen setzt, gesunde Grenzen setzt, freundlich bleibst und nicht zu harsch auf andere reagierst, die vielleicht sehr temperamentvoll und unbedarft auf dich zustürmen oder so. Ja, das ist nicht böse gemeint, es ist einfach, jetzt ist viel los und wir wollen das gerne schnell regeln. Gemach, gemach, lass dich davon nicht kirre machen. Lass dich auch von deinen Gedanken, Gefühlen nicht zu sehr ins Negative ziehen. Es ist wichtig, dass man eben selber auch diesen Pragmatismus, der vielleicht jetzt teilweise nicht mehr so da ist und viele Dinge, die nicht mehr so leicht fallen, dass man selbst dafür sorgt. Ja, ruhig Blut, auf dem Teppich bleiben, erstmal die Fakten klären und dann sehen wir weiter, ja, so in diesem Sinne. Am 11. hast du eben auch eine Energie, wo du dann, ja, wir haben dann den Mars im Stier und dieser Mars im Stier geht dann in Quadrat zu Pluto. Das kann bedeuten, dass du am 11. leicht gereizt reagierst, ja, oder eben auch ein bisschen, ja, gestresst bist. Wenn du das merkst, dann versuche da eben so ein bisschen Distanz zu wahren, dich zurückzuziehen, wenn es geht. Es wäre nicht hilfreich, wenn du an diesem Tag dann total explodierst oder so. Es wäre gut, wenn du da ein bisschen für einen Ausgleich sorgst. Besser wird es dann, wenn eben auch am 17. Venus und Merkur in den Krebs wechseln. Das ist natürlich für dich eine unglaubliche Beruhigung, ja. Da fühlst du dich wohlbehütet, ne, und da ist die Fürsorge da, also Fürsorge für dich, Fürsorge für andere. Du bekommst sie, du gibst sie. Das ist sehr schön. Das ist aber dann erst an diesem 17. Abends, ja. Und da gilt es eben auch, sich drauf zu freuen, sich einzufügen. Am 20. ist ja auch die Sonne in den Krebs gewechselt. Das sind schöne Energien, ja. Und dann bist du danach eben auch so ein bisschen mehr so die Kompetenz im Sinne von, komm, wir machen das, ich helfe dir, ne, ich bin eben da für dich, du bist da für mich und so weiter. Sehr, sehr schön. Und das außen, diese Energie, auch mit Jupiter-Expansion, mit Zwillinge-Energie, da hast du dann auch schon so ein, ja, Schutzschild gebaut, wo dich das nicht mehr so tangiert, ja. Und Ende des Monats haben wir eben auch diese Verbindung Merkur-Uranus, ja. Merkur ist dann ja in Krebs und Uranus im Stier, Sextil. Man kann weiterhin positiv über Dinge sprechen, man ist sich nahe, man hat eben auch die Möglichkeit, miteinander bis in den Juli hinein Dinge zu klären, zu besprechen und ist sich da eben auch sehr einig. Und das fühlt sich richtig toll an. Also freu dich auf Ende des Monats, da ist das eben auch sehr schön, ja. Im Privaten wie im Beruflichen läuft es. Es ist halt für dich als Skorpion auch wichtig, dich nicht so leicht aus der Fassung bringen zu lassen, dich nicht zu schnell aufzuregen, Ruhe zu bewahren, ja. Wenn die Erdenergie irgendwo fehlt, zu sagen, ich schaffe diese selber, ich bleibe auf dem Teppich. Das ist eine Beruhigung für dich und das sorgt auch dafür, dass du weniger Ärger hast und die anderen auch. Manche sind halt mit dieser expansiven Jupiter- und Zwillinge-Energie manchmal ein bisschen übereuphorisch, aber es ist nicht böse gemeint. Es ist die Energie, die die Leute antreibt, dann so ein bisschen, ja, vielleicht über ihre Kompetenzen hinaus zu gehen, was zu riskieren, ja. Aber sie ist nicht gegen dich gerichtet, ja. Und das ist eine sehr schöne Energie dann auch für dich und kann sehr leidenschaftlich, sehr schön werden, auch in Beziehungen. Also wenn du dich bis dahin eben durchwurschtelst, wird das auch sehr angenehm. Und vielleicht ist das auch für dich eine Erkenntnis, wie du mit dir selbst umgehen kannst. Wir haben ja den rückläufigen Saturn ab 29. auch wichtig, wie du mit Gefühlsdingen umgehst, wie du dich auch nicht zu sehr vom Außen beeinflussen lässt und so weiter. Das kann sehr nützlich und sehr hilfreich sein. Ich wünsche dir damit einen wunderschönen Juni und wir schauen uns das für dich in den Karten an. So, mein lieber Skorpion, wir sind im Monat Juni, allgemeine Erlegung für den Skorpion. Wir haben ja gehört, dass du nicht zu pessimistisch an die Dinge rangehen sollst, auch wenn, sagen wir mal, durch die Zwillingenergie so ein bisschen drunter und drüber geht. Da heißt es Nerven bewahren. Am 11. besteht die Gefahr, dass du gegebenenfalls da so ein bisschen zu heftig reagierst. Wir haben ja auch noch den Mars im Widder. Das könnte eine Rolle spielen. Auch mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann könnte man die Faxendicke haben. Da heißt es dann, man sollte überlegen, welche Konsequenzen das nach sich zieht und ob man die tragen möchte. Also immer gut überlegen. Ich sage ja, die Erzenergie müssen wir uns mehr oder weniger auch selber denken oder danach handeln. Wir haben ja noch den Uranus im Stier, der dabei sehr nützlich und sehr hilfreich ist. Gute Stimmung bis achten. Kommunikation ist großartig. Also auch gerade, ich denke, im persönlichen Bereich klappt das sehr gut. Auch am 4. Und dann haben wir, ja, auch, ja, wenn am 17. dann die Energien des Krebses kommen. Also da ist ja Venus und Merkur gleichzeitig am 17. die da in den, also wechseln, in den Krebs wechseln. Das beruhigt auch so ein bisschen deine Nerven auf jeden Fall, ja. Und ich denke, dass du auch gesprächsbereit bist trotzdem weiterhin und auch in die Tiefe gehst. Das ist sehr schön. Du hast zum Ende des Monats hin auch viele schöne Dinge zu erwarten. Auch was die Kommunikation, den Austausch betrifft. Und mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen am 29. oder ab 29. eben auch die Rückschau antreten kannst. Also wenn du dich am 11. da, oder um den 11. rum, ist kein Tag früher, ein Tag später sein. In dieser Zeit vielleicht ein bisschen, ja, toleranter und ein bisschen, wie soll ich sagen, du verschaffst dir einen Überblick und versuchst da eben ein bisschen allgemeiner auf Dinge zu reagieren als zu persönlich. Das wäre so mein Tipp. Ich hoffe, es gelingt. Am 6. haben wir auch noch den Neumond in Zwillinge, gut für Neubeginne. Neubeginne bedeutet nicht, dass das etwas komplett Neues sein muss, sondern dass man vielleicht die Dinge, die man im Vorfeld schon angegangen ist, jetzt auch in die Startlöcher begeben kann. Man hat darüber gearbeitet oder sich informiert, schlau gemacht und so weiter. Jetzt ist der Startschuss möglich. Also das wäre auch noch eine Alternative. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ich gucke nur gerade mal nach dem Datum, am 9. wechselt Mars in den Stier. Da wird auch das ein bisschen ruhiger. Da ist man nicht mehr so schnell auf der Palme. Also das kann alles dazu beitragen, dass es dir dann in dieser Zeit auch etwas besser geht, was die Nerven betrifft. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Algewein aussieht für den Skorpion. Wir haben die Herrscherin. Das heißt, du kommst gut voran. Es ist keine Eile von Nöten, auch wenn man manchmal das Gefühl hat durch die Zwillinge-Energie, sondern bedachtes Handeln mit dem weitermachen, was sich bewährt hat natürlich. Und auch ein bisschen das Gesamtbild überblicken. Wir haben für dich die liebevolle Königin der Kelche. Fürsorge. Entgegenkommen. Wir haben mütterliche Energie, also so ein bisschen die Hand draufhalten und so. Vielleicht ist das auch eine Methode, nicht direkt aus der Haut zu fahren, sondern auch sich fürsorglich zu zeigen. Für Leute, die vielleicht nicht so einen Überblick haben. Wir haben die Strategie. Das kann sehr gut eine Strategie für den Skorpion sein. Sich es auch nicht mit allen zu verscherzen, sondern eben auch sein Wissen und auch seine Bedenken in einer Form von Mentor oder Hilfestellung partnerschaftlich dazu zeigen. Wir haben das Ast der Münzen. Da ist der Neustart vielleicht drin. Die Dinge, die du vorher auch schon auf den Weg gebracht hast oder an denen du arbeitest, das ist vielleicht am Neumond oder danach dann möglich. Deine Erfahrungen sind natürlich goldwert, auch wenn sie nicht immer sich so goldig angefühlt haben. Aber unsere Erfahrungen machen uns aus. Die Dinge, wo wir gescheitert sind, die lassen uns da auch ein bisschen hellhörig werden und ein bisschen intensiver schauen, auch was wir uns selber wünschen. Da ist dann eine solide Basis. Etwas, worauf du aufbauen kannst. Das ist nicht nur, ich sag jetzt mal, der Job, das Haus, das Zuhause, sondern eben auch die Menschen, die hinter uns stehen, die uns unterstützen, wenn es uns nicht gut geht oder die Menschen, die zu uns halten, die sollte man immer auch hier mit der Königin der Kirche zum Beispiel wertschätzen und denen auch zeigen, dass wir es wissen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Dazu kommt die fünf der Stäbe, natürlich der Wettbewerb. Man ist vielleicht auch innerlich im Wettbewerb. Man ist vielleicht genervt von zu viel Kommunikation und dann noch, ich sag jetzt mal, mütterlich oder fürsorglich zu sein, ist nicht ganz leicht. Aber wenn es einer kann, dann kannst du das. Du als Skorpion. Du setzt dich mit den Dingen nämlich auseinander und du kannst auch über die Dinge sprechen. Beim Gespräch ist halt nur wichtig, dass man möglichst neutral mit den Argumenten rüberkommt. Nicht so gefühlvoll und natürlich auch nicht in Rage. Da braucht man auch ein bisschen Ruhe dafür. Mit dem Ast der Münzen haben wir auch den Fokus auf die Dinge, die da kommen können, die sich entwickeln können und die sicherlich auch dein Vorankommen, dein Ehrgeiz, ja, auch befriedigen insofern. Aber man braucht halt auch ein bisschen Geduld. Die Dinge lassen sich nicht von heute auf morgen umsetzen, aber das weißt du. Wir haben die sieben der Münzen. Das kleingedruckte Lesen, aber auch sich um Detailfragen kümmern. Und zwar auch die, die wir in unseren Erfahrungen gesammelt haben. Nebenkriegsschauplätze. Dinge, auf die man im Moment des Geschehens, wo man diese Erfahrung macht, vielleicht nicht geachtet hat. Deswegen sind Rückblicke, die Rückläufigkeiten immer ganz gut. Mit dem Pluto im Wassermann zum Beispiel. Oder am Ende des Monats jetzt auch mit Saturn im Gefühlsbereich. Also wo habe ich nicht so genau hingeschaut? Oder wo hätte ich vielleicht auch bei mir selber ein bisschen was drauf achten können? Und da haben wir den Hierophanten. Ende des Monats ist eben auch eine schöne Tendenz, dass du die Kontakte vertiefst oder neue Kontakte auch bekommst oder triffst oder mit denen was zu tun hast. Und dass du wahrscheinlich, und das ist meine Vermutung, denn das haben wir schon öfter gehabt mit skorpionischer Energie, dass du dich ein bisschen mehr von innen nach außen wendest. Also im Sinne von ich sage, was ich möchte. Ich sage, was ich will, wo ich hin will. Und das ist auch eine Orientierungshilfe in Beziehungen. Jedwede Beziehung, also geschäftlich wie privat, je besser du dich artikulieren kannst und den Leuten sagen kannst, was dir vorschwebt, desto besser können die auch mithelfen, dass das auch real wird. Und das ist etwas, was du eben erleben musst, was man dir zwar sagen kann, aber wo du auch wirklich, sagen wir mal, die Erfahrung machen musst, dass das auch geht. Königin der Kirche und der Herrscher, da haben wir die Verantwortung, die du eben auch für dich und für andere trägst im Zusammenspiel, auch in der Fürsorge natürlich. Das geht ja nicht nur in eine Richtung. Es ist ja auch die Fürsorge, die jemand dir zuteil werden lässt. Und das zuzulassen oder auch zu sagen, das finde ich schön oder danke oder ich freue mich drüber oder so, das ist nicht etwas, was früher so für den Skorpion so normal war. Und ich finde, dass du da schon eine großartige Arbeit bis dahin geleistet hast und das darfst du auch gerne weiterführen. Wir haben die Sieben der Münzen auch in der Strategie. Auch in der Strategie ist es wichtig, das ist die gleiche Karte wie diese hier, dass man eben auch Achtsamkeit übt. Achtsamkeit hört sich immer so an. Ach, ich muss darauf achten und so. Sondern, dass ich eben auch Dinge betrachte, die im ersten Moment ja gar nicht so wichtig erscheinen. Aber wenn ich vielleicht nett bin zu jemandem, der es nicht erwartet oder vielleicht auch Dinge sehe, die andere nicht sehen. Also weiß ich nicht. Als Beispiel jetzt jemandem die Tür aufhalten, der bepackt ist oder so. Das ist ja heutzutage auch nichts mehr, was selbstverständlich ist. Früher war das so. Und das sind eben Dinge, die dich dann auch ausmachen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann auch was anderes sein. Mit dem Ast der Münzen, dem Neuanfang, dem Beginn oder dem Umsetzen kommen auch die Ängste und Befürchtungen, dass etwas schief gehen kann. Und deswegen sollst du auch nicht zu pessimistisch sein, weil das, was du denkst, das holst du in dein Leben. Und deswegen ist es wichtig, da auch positiv ranzugehen und positiv drüber zu denken und zu argumentieren. Ja, deswegen sprich lieber aus, dass du im Vorfeld, wenn du etwas umsetzt mit den Leuten, die da vielleicht auch dran beteiligt sind, mögliche Fehler eben auch anmerkst und darauf achtest, dass sowas nicht passiert. Einer kann sowas mal übersehen, aber mehrere wohl eher nicht. Mit den Erfahrungen, Page der Kelche, Ja, es ist doch der Page, ja, es ist der Knabe der Kelche oder Page der Kelche. Gute Nachrichten. Die Dinge, die du vielleicht auch vorher als sehr negativ gesehen hast, können sich jetzt im Nachhinein auch als sehr positiv herausstellen, also erste Schritte in diese Richtung gehen, dass du deine Erfahrungen nämlich für etwas benutzen kannst, für eine Verbesserung in deinem Leben, aber auch in dem von anderen. Und das solltest du da natürlich umsetzen. Mit den vier der Stäbe, der soliden Basis, ich sagte ja, das ist nicht nur Haus, Heim, Familie, das ist auch Kontakte, Zwischenmenschliches, verlässliche Kameraden, Freunde, Bekannte. Ja, da haben wir die Welt. Da wird vielleicht auch ein bisschen ausgemistet. Die Leute, die sich bewährt haben, bleiben natürlich und können mit dir sozusagen den Neustart hier eben auch gut generieren, können dafür sorgen, dass das auch klappt. Die fünf der Stäbe und der Teufel, das sind so die Dinge, die natürlich auch da sind. Dinge, die du dir auch angeeignet hast. Einen enormen Ehrgeiz, eine enorme Kraft, die in dir steckt. Eine Leidenschaft für Dinge. Ein gewisser Perfektionismus, der dich auch manchmal in die Irre führt. Perfektionismus gibt es nicht. Man muss immer damit rechnen, dass selbst die perfektest geplanten Dinge nicht funktionieren oder etwas dazwischen kommt. Deswegen sollte man gar nicht so extrem in den Perfektionismus gehen, sondern immer auch ein Türchen offen lassen für Flexibilität. Ja, und das ist hier etwas, womit du ab und an mal zu kämpfen hast. Ja, vielleicht auch mit Ideen von anderen, die du vielleicht wahnwitzig findest und denkst, das wird nie was. Trotzdem kann da was dran sein. Ja, vielleicht ist die Idee in ihrer Grundform nicht perfekt, aber sie hat etwas in sich, was in vielleicht anderen Bereichen oder einem bestimmten Bereich sehr ausschlaggebend sein kann. Also auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Fünf der Schwerter, Ritter der Schwerter. Nun, man kann, wenn man aufgebracht ist oder wenn man irgendwas sehr oder über irgendwas sehr wütend ist und so kann man sehr schnell aus der Hose fahren. Und da haben wir ja das Datum 11 da. Du könntest auch an diesem Tag oder einen Tag vorher, einen Tag nachher ist auch drin, könntest du auch völlig daneben liegen. Deswegen ist da äußerste Vorsicht geboten und eine gewisse Strategie wäre schon angebracht. Du könntest nämlich dann völlig daneben liegen und dann im Nachhinein nicht wissen, wie du das zurücknehmen kannst. Deswegen sei da bitte vorsichtig. Der Fokus liegt auf der Königin der Kirche. Das ist wieder diese Energie, die Verantwortung, die man eben auch nicht nur für die Sache hat, sondern auch für den Frieden, die Harmonie untereinander und auch für die Kommunikation in Bereichen, die jetzt über das normale Alltägliche hinausgehen. Freundschaftliche Gesten, Unterstützung, vielleicht auch, dass jemand dir erzählt, was in seinem Privatleben los ist im Job. Und du hast eine Idee, wie du dem helfen kannst. Dann solltest du das vielleicht auch tun. Es könnte sich ja in irgendeiner Form irgendwann später auch in irgendeiner Form bezahlt machen. Das klingt jetzt so hart. Ich meine das gar nicht mit finanziellen oder materiellen Dingen, sondern mit Unterstützung, mit dem Gefühl von Gemeinschaft. Und das Wir ist wichtig, ja. Die Detailfragen hier mit dem Ritter der Kelche, ja. Man kann Details besprechen, man kann Details verändern. Man kann auch, wie ich sagte, auf diese Details achten, im Gespräch, im Tun, im Handeln, auch was die Erfahrungen betrifft, ja. Und man kann sie zu seinem Wohl nutzen, ja. Gerade die Dinge, die vorher schiefgelaufen sind. Und wie gesagt, manche großen Dinge stehen und fallen mit wirklich mickrigen Kleinigkeiten, ja. Und deswegen ist es so wichtig, die nicht ganz außer Acht zu lassen. Mit dem Hierophanten kommt die Zehn der Stäbe, dass man eben gewisse Hürden, Hindernisse, Überwindungen braucht, ja. Oder die man auch schafft. Aber es braucht halt seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Vertrauen baut sich auch nicht von jetzt auf gleich auf. Und wir alle, wie gesagt, sind auch fehlerbehaftet. Wir haben auch alle unsere Macken, ja. Und deshalb ist da es vielleicht manchmal auch schwierig, eine gewisse Toleranz zu üben. Aber es macht sich letztendlich bezahlt. Also man muss da natürlich gesunde Grenzen setzen, klar. So, wir haben, das murmelt hier, Zeit loszulassen. Vielleicht geht es nicht mal so um Personen, sondern vielleicht geht es eher darum, Einstellungen, Vorstellungen, gewisse Muster einfach mal zu verändern. Ja. Also natürlich freiwillig, ne. Also ich schlage dir das hier alles nur vor. Wenn du das möchtest und wenn du das machen willst, dann kannst du dich daran auf jeden Fall probieren. Das kann man ja mal ausprobieren an Kleinigkeit. Man muss ja nicht direkt die großen Dinge anpacken. Das ist jetzt, wie gesagt, nur so eine Wetterkarte, was geht und was vorgeschlagen wird. Ich lese mal vor. Jedes Ende führt zu einem Neubeginn und der Tod ist Teil des Lebens. Der Geist des Murmeltiers lässt dich wissen, dass es jetzt an der Zeit ist, das natürliche Ende von etwas, das dir nicht mehr dienlich ist, zu akzeptieren. Wir halten gern am Vertrauten fest, aber das Neue braucht Platz, um wachsen zu können. Wenn der Geist des Murmeltiers in Erscheinung tritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass du etwas in deiner gegenwärtigen Lebenssituation, dass es etwas in deiner gegenwärtigen Lebenssituation gibt, dass du loslassen musst, damit etwas Neues ins Leben treten kann, das dir jetzt weit besser dient. Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, zieht es sich in seinen Bau zurück. Vielleicht sehnst du dich auch danach, etwas mehr Zeit zu haben, um Abschied zu nehmen und den Übergang ins Neue zu bewältigen. Die Veränderung ist jedoch unausweichlich und das ist auch gut so. Also gib deinen Widerstand auf. Der Frühling bringt viel Segensreiches mit sich und was sterben muss, wird stets in neuer Form wiedergeboren, die für dich die richtige ist. Das Leben verlangt nach Veränderung und Ablösung. Sag dem, was dir bis dahin dienlich war, lebe wohl und mach dich bereit für das Wunderbare, das an seine Stelle treten soll. Der Allgeist sendet es bereits auf den Weg zu dir. Okay, da haben wir einiges drin, was wir auch vorher schon gesagt haben. Ja, der Übergang ins Neue, Neumond in Zwillinge. Ja, wir haben das vorbereitet, wir haben das gemacht und so weiter und jetzt geht es darum, das auch umzusetzen. Die Veränderung ist unausweichlich, auch wenn du dir wünschen würdest, mehr Zeit dafür zu haben. Aber wenn du mehr Zeit dafür hättest, dann könntest du auch mehr grübeln darüber, was schief gehen kann. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen und sich auch ein bisschen Toleranz, ja, mit Toleranz daran zu wagen und auch mal ein paar, ich sag jetzt mal, Verantwortlichkeiten abzugeben. Ja, zu sagen, das ist jetzt dein Part und du übernimmst das jetzt und ich mach das und das. Aufzuteilen, dass wir ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also, grundsätzlich ist das eine gute Energie und das geht auch mehr in die Richtung, du bist nicht allein, es ist nicht alles perfekt, aber auch das Unperfekte behält eben auch die Veränderung in sich und kann im Nachhinein, so habe ich das eben ungefähr auch formuliert, etwas Positives bewirken, ja, aus der Erfahrung heraus, die im ersten Moment nicht so schön war, ja. Also, man kann es immer so wie eine zweiseitige Münze sehen, ne. Alles, was Negatives kommt, hat oder trägt in sich auch den positiven Aspekt, der einem aber erst viel, viel später bewusst wird. Also, ich kann dir nur sehr viel Glück wünschen, das sieht sehr, sehr herausfordernd, aber auch sehr, sehr erfolgversprechend aus, ne. Und das kommt natürlich darauf an, ob du das machen möchtest, ob du bereit bist, ob du dich manchmal auch überwinden kannst, Dinge anders anzugehen oder darüber nachzudenken oder vielleicht offener zu sprechen. Das ist deine Entscheidung, ob du das möchtest, ja. Niemand will dich dazu drängen, es ist ein Vorschlag und ich hoffe, er bringt dir ganz, ganz viele tolle Erlebnisse und tolle Kontakte und du kannst dich ein Stück weit aus diesem vielleicht auch sehr anstrengenden Ich muss perfekt sein und ich muss was leisten, ein bisschen lösen. Würde ich dir auf jeden Fall sehr wünschen. Lieber Skorpion, wir schauen uns gleich noch an, wie das in Beziehungen aussieht und ich sag mal, bis gleich. So, mein lieber Skorpion, wir sind bei den Beziehungen im Monat Juni. Allgemein natürlich für den Skorpion, du entscheidest natürlich immer selber. Ich kann dir nur sagen, was ich sehe, worauf ich dich aufmerksam mache und natürlich auch in den Karten, wie gesagt, was du anwendest und wie du das anwendest, entscheidest du immer selbst. Wichtig ist, im Monat Juni, wir haben sehr viel Kommunikation, ärgere dich nicht darüber, auch wenn einige da so ein bisschen zu euphorisch sind für deine Begriffe. Du selber solltest aber auch nicht zu negativ eingestellt sein, auch im Privaten nicht. Sieh nicht alles grau in grau, sondern denkt dir, Kommunikation ist was Gutes. Man spricht miteinander, man versucht einander zu verstehen, sich näher zu kommen, herauszufinden, wer der oder die andere jeweils gerade ist. Wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in Zwillinge und ab Zweiten auch den Merkur. Also, der Kommunikation entkommst du gar nicht, es sei denn, du stellst alles ab und ziehst dich zurück. Wir haben am 11. einen Tag, wo du wirklich etwas total falsch interpretieren könntest, am 11. Juni. Da ist es wichtig, nicht zu voreilig, irgendwas oder irgendwen zu verurteilen, auch schon gar nicht im Privaten. Das scheint irgendwie klar zu sein, trotzdem hinterfrage das. Also merkt ihr den 11. Juni. Du könntest nämlich vollkommen falsch liegen, durch die Zwillinge-Energie. Es kommt vielleicht ein Missverständnis auf. Also versuche da eben den Ball flach zu halten, neutral zu reagieren. Ab 17. haben wir dann auch, wir haben erstmal auch ab 9. den Mars in Stier und ab 17. Merkur und Venus im Krebs. Das ist für dich so eine Erholung. Es wird fürsorglich, nett, familiär. So magst du das. Es wird ein bisschen gefühlvoller, intensiver und auch vertrauter, sag ich mal. Du selber bist darauf auch aus, die Dinge ins Lot zu bringen, dich einzubringen. Das finde ich wunderschön. Das ist so die Karte 8 der Kelche. Ich weiß auch nicht, ob sie in der Legung vorkommt, werden wir ja gleich sehen. Sich öffnen, neuen Dingen auch öffnen, neuen Entwicklungen öffnen, sich weiterentwickeln. Mit dem 29. haben wir ja dann auch den Saturn rückläufig. Auch dahinter fragt man ja, ob man da vielleicht auch was anders machen kann in Zukunft. Das ist auch nicht verkehrt. Du bist auf jeden Fall am 21. und 26. Juni offen für Neues. Und das solltest du natürlich dann noch ausprobieren, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Es sind neue Kontakte möglich. Es sind in allen Bereichen, also nicht nur privat. Ich denke, in der Partnerschaft ist es auch wichtig, sich auszutauschen, sich Zeit füreinander zu nehmen und auch über Dinge zu reden. Ich weiß, du bist ein eher verschlossenes Sternzeichen, aber ich glaube, dass so Herzensdinge, Gefühlsdinge und das Miteinander auch im Privaten ab und an mal besprochen werden sollen. Und das ist hier jetzt, wie gesagt, auch in diesem Monat Juni eine gute Zeit, um das mal anzugeben. Deinem Gegenüber vielleicht auch mal ein paar Dinge zu erklären, die er oder sie gar nicht wissen kann. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Geste, weil es dir wichtig ist, auch verstanden zu werden. Aber wir schauen uns das jetzt für dich in den Karten an. So, mein lieber Skorpion, wir sind bei der Beziehungslegung für den Juni. Natürlich wieder allgemein für Singles und für Paare. Wir wollen uns die Energie anschauen. Was du letztendlich daraus machst, das ist immer deine Entscheidung und das soll das auch bleiben. Wir haben ja erstmal diese etwas nervös machende Zwillinge-Energie, die so ein bisschen unstet rüberkommt, die aber gleichzeitig auch die Kommunikation stärkt, was ja nicht das Schlechteste ist. Und dann haben wir ab 17. Mars, nicht Mars, Venus und Merkur in Krebs und am 20. die Sonne in Krebs. Mars ist am 9. in den Stierjahr gegangen dann und stärkt dich natürlich als Skorpion sowohl privat als auch beruflich. und Ende des Monats ja der rückläufige Saturn einfach mal drüber nachdenken. Was ist gut gelaufen? Was war nicht so gut? Ja, ich sag mal das letzte Halbjahr ungefähr. Und was kann ich von meiner Seite aus tun? Wir fangen immer bei uns selber an, wenn wir etwas verbessern möchten, weil wir sind der Macher unseres Lebens und auch unseres Glückes. Wir sind unseres Glückes Schmied. Und zwar dahingehend, dass wir uns gut kennen, dass wir wissen, was wir wollen und natürlich auch, wo unsere Grenzen liegen. Ja, und dann stellen wir uns entsprechend auf die Gegenüber ein, die uns begegnen. Ja, so ist das im Optimalfall. Ja, wir schauen uns mal an, wie das in Beziehung für den Skorpion aussieht. Was haben wir für eine Energie im Monat Juni in Sachen Beziehung? Wir haben die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist nicht gleich Streit. Ja, die 5 der Schwerter ist die Auseinandersetzung mit dem Thema. Das Gespräch, der Gedanke. Ja, ich hinterfrage und ich weiß, du hinterfragst sowieso viel, aber da geht es um Sachlichkeit. Da ist kein Gefühl drin. Da geht es nicht darum, das Ego zu bestätigen oder sonst was. Da geht es darum, ich will das Thema für mich entdecken beziehungsweise klären. Und dann kann ich das Gefühl mit reinbringen. Ja, wir schauen mal. Thema für den Monat Juni ist die 6 der Kelche, die Vergangenheit, die Nostalgie, der Rückblick. Vielleicht auch mit Uranus, nicht Uranus, mit Pluto. Ja, also mit Pluto, Macht und Unacht Themen auch im Bereich Beziehungen. Ja, und das kann natürlich auch rückbezüglich auch das sein, was gut war, was nicht so gut war. Auch bestehende Beziehungen, die schon länger bestehen. Wie war es so? Auch Ende des Monats natürlich mit dem Saturn rückläufig. Du bist noch etwas unentschlossen, hast dich noch nicht entschieden. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wie du dazu stehst oder wie du das in Zukunft machen willst. Wichtig ist, dass du offen bist, darüber nachzudenken. Dein Gegenüber, da haben wir die 7 der Stäbe. Er oder sie steht für seine, ihre Belange ein, spricht auch darüber, was ihm oder ihr wichtig ist. Das ist auch gut so. Man soll ja die Dinge, die einem persönlich wichtig sind, auch in der Beziehung teilen, also mitteilen. Wie man jetzt da Regelungen findet, das ist sicherlich unterschiedlich, aber wichtig ist, dass man offen genug sein kann, darüber zu reden, damit man überhaupt weiß, was der andere möchte. Wie geht der Miteinander um? Wir haben die 2 der Stäbe, das heißt, man ist noch so ein bisschen unschlüssig, wo es hingehen soll. Ich sage ja, 2 der Schwerter, 2 der Stäbe. Ja, man ist noch nicht bei der Entschlussfindung, aber man kann ja erstmal ausprobieren. Man muss ja nicht direkt alles in Stein meißeln. Unbewusst haben wir die Königin der Schwerter. Das bedeutet, jeder für sich, für sich selbst, klärt erstmal, wo stehe ich, was will ich, was brauche ich, sachlich. Da sind wir wieder auch bei der 5 der Schwerter. Das klärt man für sich und wenn man das geklärt hat, kann man authentisch und ehrlich darüber reden mit dem anderen, der anderen. Also, ich sage ja, wir müssten bei uns anfangen, bei uns selbst, jeder. Und dann, wenn wir wissen, was uns wichtig ist, können wir ins Gespräch gehen, können wir auch authentisch und ehrlich sagen, was wir wollen. Dann haben wir die 2 der Münzen. Der Ratschlag ist das Ausprobieren. Wo liegen die Prioritäten? Was können wir besser machen? Was können wir regeln auch? Was übernimmt wer? Oder was ist jetzt eiliger? Oder solche Sachen. Man muss ja auch nicht rauf und runter alle Themen, die einen beschäftigen, besprechen. Aber man muss von Zeit zu Zeit einfach mal bei einem netten Abendessen oder beim Spaziergang ein paar Dinge besprechen. Wer bringt den Müll raus? Das ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber das muss man ja irgendwie regeln untereinander. Es geht nur über die Kommunikation und vielleicht auch darüber, dass man sich erzählt, was man gerne tut, was man nicht so gerne tut. Und dann kann man immer noch, weiß ich, Lose ziehen, wenn man keine Lösung hat. Der Ausgang ist die Mäßigkeit. Das finde ich sehr schön. Das ist nämlich Gefühl und Intellekt im Einklang. Wir haben zuerst mit dem Intellekt begonnen. Mit der 5 der Schwerter, mit der Königin der Schwerter. Wir haben auch hier Gefühl natürlich. Aber es geht darum, wir schauen uns an, was war, um zu sehen, wie wir die Zukunft gestalten. Damit wir sagen können, das hat nicht so gut funktioniert. Wir probieren mal was anderes. Aber man muss vielleicht auch im Vorfeld einfach sich sagen, wir probieren das aus. Dass das nicht auf Anhieb immer alles klappt, ist auch klar. Da kommt was dazwischen. Der eine hat es vergessen und der andere ist vielleicht sauer. Aber wenn wir das so ein bisschen spielerisch angehen und sagen, okay, Testphase, so und so lange und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und wenn wir merken, das klappt nicht, dann switchen wir das wieder. Dann ändern wir da was dran. Das könnte man machen. Das ist jetzt nur eine Idee von mir. Ich denke auch so ein bisschen mehr Ablenkung oder Abwechslung, besser gesagt. Auch in Beziehung, wenn die schon lange besteht, dann ist das vielleicht auch mal was Neues. Wir schauen mal. Die 6 der Kelche und die 2 der Stäbe. Also da ist man auch noch nicht ganz schlüssig. Das ist noch alles so ein bisschen im Offenen. Die 7 der Münzen. Du beschäftigst dich mit den Detailfragen. Du schaust genauer hin. Das hatten wir auch in der Allgemeinlegung eben zweimal. Die 7 der Münzen. Und ich denke auch, dass das eine gute Idee ist, einfach mal zu sehen, ja, was ist denn überhaupt so im verdeckten Bereich so passiert. Also da, wo man nicht so genau hinschaut, wie ich sagte, mit dem Müll oder so. Das können Streitpunkte sein, die nachher den größten Zoff bringen. Man muss das einfach nur mal regeln, ja. Wir haben bei der Gegenseite auch den Herrscher. Der Herrscher ist natürlich eine sehr, ja, wie soll ich sagen, starke Energie, die Dinge in die Hand zu nehmen, zu regeln, zu managen. Aber sie ist auch die Verantwortung. Sie ist auch derjenige oder diejenige, die Person, die dafür gerade stehen muss, wenn da irgendwas schiefläuft und hat auch, wie gesagt, eine gewisse Verantwortung. Und da kann man sich vielleicht auch arrangieren und sagen, wir teilen das auf, ja. Jeder ist so ein bisschen für seinen Bereich zuständig. Das Wichtigste und das Schönste, was ich jetzt so auch sehe, ist eben auch die drei der Münzen, ja. Selbst wenn noch nichts entschieden ist, noch nichts ausprobiert ist, man sich noch nicht schlüssig ist, man hält zusammen. Das Team, die Gruppe, die Kameraden sozusagen. Das finde ich gut, ja. Dass man eben Erfolg haben möchte miteinander und da eben auch was für tut, sich einbringt. Einbringt im Sinne von Ideen, Gespräche, Vorschläge, ja. Auch schöne Momente, ja. Also auch mal Ablenkung oder was unternehmen und so, dass man sich darum bemüht. Wir haben unbewusst noch den König der Stäbe. Da ist Leidenschaft natürlich mit drin. Da ist momentan auch die kurze Zündschnur drin, wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen überreagiert. Und auch das kann man vielleicht auch regeln, wenn man für sich selbst überlegt, was bringt mich auf die Palme und wie kann ich da so ein bisschen versuchen, das den Ball flach zu halten, die Sache nicht so eskalieren zu lassen, wenn mich was aufregt. Ich denke da an den Elften oder so, ne. Also, dass man da auf beiden Seiten natürlich auch so eine Regelung findet. Also, ich persönlich bin dafür, wenn ich mich echauffiere, so richtig aufrege und sauer bin, dass ich erstmal um den Block laufe, damit ich wieder runterkomme. Das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, dann habe ich das Gefühl, ich brauche frische Luft. Ja, damit ich nicht irgendwie dann aus der Hose fliege tatsächlich. Und deswegen, solche Regelungen kann man ja treffen. Die zwei der Münzen, die Prioritäten, die sieben der Stäbe. jeder kann ja sagen, was er möchte. Jeder kann sich ja auch für gewisse Dinge einsetzen, die, ja, die bevorzugt sind, die man gerne möchte, wo man auch, ich sage mal, auch Punkte hat, auf die man besteht. Ja, wo man sagt, da gibt es nichts zu verhandeln. Ja, aber das muss man bereden. Der Ausgang ist der Knabe der Kelche. Liebevolle Energie, gemäßigt, entspannt, relaxed. Und ich glaube auch, ein Schuss Humor kann nicht schaden. Wenn man sich da so ein bisschen drüber lustig macht und Witze reißt oder sich hochnimmt, kann das auch sehr, sehr witzig werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Idee. Das kommt ja auch immer auf die Beziehung an, wie beide so drauf sind. Das kann man nicht verallgemeinern. Ja, momentan ist es halt ein bisschen chaotisch. Ja, nicht nur beim Skorpion überall, das macht es auch nicht besser, aber man kann auf jeden Fall sagen, okay, momentan rotiert alles ein bisschen und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall die Karte Drama und Drama ist etwas, was ja keiner wirklich haben will. Wir schauen mal, was das beinhaltet. Ich bin neugierig, ja. Drama ist immer etwas hoch eskalieren lassen, etwas vielleicht auch schlimmer machen, als es tatsächlich ist, durch irgendwelche Sachen oder durch zu viel Stress oder so. Ich lese erst mal vor. Die Grundbedeutung der Karte ist Selbstkritik, das gekränkte Ego, unnötige Dramen. Also, wenn man sich hinterfragt oder wenn man auch Fehler macht, dann muss man das jetzt nicht zur Selbstzerfleischung treiben. Klar, ne? Also, die Beziehungsbotschaft. Manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein, die zu Leid führt, aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen, verwickelteren Gründen. Scham, Angst vor Nähe und ein schwaches Selbstwertgefühl gehören zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft. Bedenke jedoch, wie wertvoll es ist, um diese Dinge zu wissen. Gerade jetzt hast du eine große Chance zur Heilung. Ja, passt doch. Aber du musst auch über die Geschichten nachdenken, die du dir selbst überliebe, Nähe, Verlassenheit, Zurückweisung und Einsamkeit erzählst. Du musst nicht nur eine neue Geschichte beginnen, sondern dir auch dafür vergeben, dass du noch immer an den Alten hängst. Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an sie glaubt. Dennoch waren sie zu keiner Zeit wahr. Also, das Drama in dir oder in einer Person, das kann ja auch jemand anderen betreffen, der kein Skorpion ist eben die Selbstverfleischung, dass man sich Vorwürfe macht. Hätte ich sehen können? Hätte ich wissen müssen? Nein, überhaupt nicht. Denn wenn man zum Beispiel jemanden sehr schätzt oder sogar liebt, dann sieht man gewisse Dinge nicht. Manchmal will man sie auch nicht sehen. Man will sie nicht wahrhaben. Man möchte, dass der andere oder die andere einen beweist. Das ist nicht so. Und wenn man dann irgendwann später merkt, es ist so, dann macht man sich Vorwürfe, weil man es hätte vorher wissen müssen. Hat man ja auch gewusst, aber man hat darauf vertraut, dass die Person eben vielleicht gewisse Dinge umsetzen kann oder versteht oder mit kreieren möchte, dass es besser wird. Das ist natürlich Grundvoraussetzung in einer Beziehung, dass beide das Gleiche wollen oder zumindest eine grobe Richtung haben, wo sie ihn wollen. Und darüber setzt du dich vielleicht auch alleine, aber auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin auseinander. Und das ist eine Zeit, dieses Drama auch langsam Geschichte werden zu lassen. Also zu begraben, könnte man fast sagen. Ich glaube auch, dass du als Skorpion jemand bist, der auch sich selbst schwere Vorwürfe macht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das hat auch wiederum mit diesem Perfektionismus zu tun, den es nicht gibt. Also man kann da langsam hintersteigen, daran arbeiten und sich auch von diesen Dingen lösen. Und das ist auch gut so, denn es macht das Leben einfach leichter. Und auch vielleicht ein bisschen angenehmer und ein bisschen lockerer. Und deswegen freue ich mich so, dass das eben auch so gut passt und dir vielleicht auch ein bisschen so ein paar Hinweise, Tipps, Impulse mit an die Hand gibt, wo du das zumindest mal ausprobieren kannst, wo du dich mit Partner, Partnerin oder eben auch als Single einfach mal ein bisschen ausprobieren kannst, wie das funktioniert, wie das anders gehen könnte. Und vielleicht wärst du von alleine da auch nicht drauf gekommen. Deswegen finde ich es eine gute Idee und wie gesagt, entscheiden musst du immer selbst und das Ganze hier ist nur wie ein Vorschlag, wie eine Wetterkarte eine Hilfe bei der Orientierungsfindung und ich hoffe, dass du was damit anfangen kannst. Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich über Rückmeldungen und wenn du Anregungen oder Fragen hast, unten in der Infobox ist auch meine E-Mail-Adresse. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und für Legungen bitte auch die E-Mail-Adresse unten nutzen. Ich wünsche dir natürlich einen zauberhaften, schönen Juni mit viel Erfolg und aber auch mit mehr Spaß Humor und ein bisschen Lockerheit. Also alles Liebe von mir und bis bald.